Wir sind Nick and the Mojos aus Fulda, spielen Rock'n'Roll und wir sind heute Abend hier in Frankfurt in der Klappergasse. Wie habt ihr euch gefunden als Band? Wir beide kennen uns schon seit der Grundschule. Und unser Sänger, der Niklas, der ist aus dem Nachbarort und er war dann ein Jahr lang in den USA, ist dort zur Schule gegangen. Und wir wussten schon vorher, dass er gut singen kann und Musik macht und wenn er wiederkommt, dass wir was zusammen machen wollen. Was inspiriert ihr euch für eure Musik? Was sind eure Einflüsse? Das ist für Niklas die Frage. Die Einflüsse sind 50er, 60er Rock'n'Roll, alles alte Interpreten zum Beispiel wie Little Richard, Chuck Berry, Stevie Ray Warren, Bob Dylan, Jimi Hendrix. Gibt es irgendwie schon in CD's oder so mehr oder in Planung irgendwas? Wir haben mal eine Eigenregie ein bisschen aufgenommen bei ihm im Kirchheitsbüttel. Ja, das sind nur so Anläufe. Wir planen irgendwie nächsten Monat mal im Studio was aufzunehmen. Das wird dann auch bestimmt ganz gut. Habt ihr irgendwelche spezielle Projekte oder so für dieses Jahr bereit irgendwas? Wir waren letztes Jahr zwei Wochen in England unterwegs und dieses Jahr wollen wir vielleicht nach Spanien und dort spielen. Weil ihr jetzt gerade Spanien ansprichst, wo war euer bereit schon weiter? Ist der Gig irgendwo weiter auftritt außerhalb von hier? Ja, wir hatten schon die große Ehre im Carvan in Liverpool zu spielen. Da, wo auch die Beatles schon aufgetreten sind. Ja, das war ein tolles Gefühl. Gibt es irgendwie eine Message, die ihr hier an die Leute richten könnt? Love, Liebe, seid artig, nicht immer schön trinken. Gibt es, äh, gibt es, äh, was, nee, alles umgebracht, äh, was haltet ihr von TV-Castings? DFS, Julius Germany, in den ganzen Kram? Uff, äh, naja, das ist, ähm, schon mal RTL, ganz schlecht. Und, ja, also, ich glaube, da halten wir alle drei nichts von. Es ist immer schön, wenn es in Eigenregie klappt. Man kann sich alles legen, wie man möchte. Applaus 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 Applaus